Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge War Thunder. Hier bin ich mit SEF unterwegs und wir spielen einen T50, also jeder von uns. Und ja, das Spiel spielen wir schon eine Weile. Es ist ein Grocerspiel, was kostenlos ist. Und wir spielen noch was zu unserer Freizeit mal ein bisschen hin und her seit ein paar Tagen. Und da dachte ich, ich nehme mal was auf und ich hoffe es gefällt euch. Und wenn ja, lasst doch einen Daumen da. Viel Spaß. Wie schnell der auch im Sand ist. Ja. Auch die Breitenkippen. Guck mal, schneller wie der unser LKW hier. Ja, okay. Er hat auch Reifen. Richtig. Boil hat schon. Vorsicht, ich bin an der Brücke. Ah, das ist die Map. Das stand da drüben. Die Straße, da geht. Dieser Churchill-Loop. Wer sich nicht bewegt, dann braucht er auch nicht. Okay, sie kommen. Unter der Brücke kommt einer durch. Unter der Brücke, würde ich sagen. Auf der Brücke ist auch einer. Sehr in. Treffer. Abgehauen. Rittischer. Rittischer. Oh, 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 oh. Gegenüber. Ja. Oh, da stehen sie hinten. Abner, die Brücke kommt da auch rein. Ziemlich schick zurück. Das sind sie jetzt von. Oh, Adelie, Adelie. Au, au, au. Uh. Ich seh keinen mehr gerade. Ah, da ist er. 162. Sehen. Hat mich schon gesehen. Hat mir einen Ladeschützen zerschossen. Der hat die Initiative. Oh, der schießt gut. Das reparieren. Ich weiß auch nicht, was das ist. Siehst du, da haben wir nur einen Turm oben drüber. Jetzt siehst du, es geht vor. Jetzt genau auf 161 ist er. Schusshelfer, schön. Weiß ich ihn. Ah, mein Ladeschütze ist da. Hat er es nicht mehr macht. Was tue ich da jetzt? Bei mir hat er einen Abpraller. Was mache ich jetzt? Aussteigen, oder? Wissen wir es? Ich würde, äh, kannst gar nichts mehr machen. Ladeschütze ist da. Ah, jetzt geht's. Aber manchmal dauert es nur ein paar Minuten. Weil die Fahrer wechsel machen sozusagen. Also, äh, Dings wechsel. Ja. So ist der Dänke dran. Ist er noch da oben? Ja, er ist noch da oben. Siehst du ein bisschen die Karte. Treffer. Kommen auf die Karte. zerstört ja ja unter der brücke da ist noch einer, oder was? ähm, rechts ist hier ein Wege dran noch mal einen zerstört müssen den Punkt einnehmen au, au, wer penetriert mich da? ich guck grad ich glaub der ist 164 unten am Rückenfuß ja, ich seh ihn schon muss reparieren sauber Hälfte repariert kann aber nichts großes sein, weil er hat mich nicht verschlagen so, einsatzbereit so, einsatzbereit da drüben steht er ja da schießt noch was hässliches raus ja, von unten ah, da unten steht er au, direkt vor mir, direkt vor mir schießt ihn? au genau die kritischer rechts daneben steht noch Wärme ich komm mal wieder was denn? Ladeschütze zerstört warte mal, der weiß es nicht ich muss reparieren 25 Sekunden durchhalten ja, ich komm mal soll ich Artillery draufhauen? ja, genau da steht noch ein zweiter Artillery kommt 12 Sekunden er zieht sich zurück natürlich ja, das wollte ich eigentlich gar nicht erreichen damit ja, ich weiß, danke na gut, T60 kommt ja noch runter von uns da seht ihr nicht, da seht oh, Idiot Entschuldigung so, ich hab ihn wieder dabei der unter der Brücke ist noch da, ich weiß bloß noch nicht wo der rechts daneben der ist zerstört der ist zerstört ok ja, unter der Brücke aufpassen ok, jetzt kommt er vorn ziel unbeschädigend treffer treffer, ja er schießt aber schlecht nicht ok, ich sehe ihn jetzt ok, die Kette war nicht down gerade überlegen, ob ich schon runterfahre und links rumfahre irgendwer hat auf mich geschossen von oben, ja wo wo? oben über der Brücke hört sich ein Treffer hat er sehe nicht ja, er ist fertig weg, dann ziehst du von da oben nicht er hat mich getroffen ja, mich auch jetzt ziehst du von da nicht der ist direkt auf 166 also oben die Palmen daneben steht noch so eine kleine was du siehst ja ja genau, da ist er zurückgefahren fährt er nach rechts oh, bomb, 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 bomb shit ich kann gerade noch schick vorfahren 30 Sekunden Reparatur ok, ich bin down von was? hm? die hat mich getroffen oben der hm? ok, ich war mehr glücklich verstanden du ich geh nochmal rein Flakpanzer ja sonst bin ich noch nie gefahren du ah wenn wir dich schleunig etwas unternehmen dann wird er so, ich bin wieder repariert so, euer Flugzeug, komm dir her ah, wir verlieren mit Bauten und Trompeten äh So, ich weiß, jetzt hättet ihr, braucht dich als Deckung. Der steht irgendwie noch da oben, 172 an der Palme. Wahrscheinlich, ja. Ja, ich weiß. Schießt auf mich. Ich halte mir viel aus. Okay, ja. Oh, gut. Ich habe ihm meinen Abschluss nicht gegönnt. Das war mir jetzt gerade wichtig, im Team Dritter. Passt. Ich wollte in allen Fällen nicht sterben, weißt du? Den Abschluss habe ich ihm nicht gegönnt. So, Platz 3. Hat er mal gut gemacht, Kollege. Er ist super. So, das war es jetzt mal fürs Erste. Bin ganz zufrieden. Ich denke mal, Serfchen auch. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst einen Daumen da. Ein Abo würde mich natürlich auch sehr freuen. Kommentare bitte, wenn wir was besser machen können. Wir sind nicht die besten Panzerfahrer, aber wir lernen. Wir lernen jeden Tag dazu. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch in diesem Sinne einen ganz tollen Tag und einen schönen Abend. Bye, bye.